Oh mein Gott Leute, heute gibt es einfach mal einen richtig krassen Prank an den kleinen Bruder von Kevin, nämlich Max, ihr alle kennt ihn Leute und ich habe mir heute etwas ganz besonderes überlegt, denn ich habe mir heute mal ganz besondere Skins geholt und zwar seht ihr schon, habe ich heute einfach mal den Wednesday Skin und auch den Skin von deren kleinen Bruder und damit werden wir heute Max richtig krass pranken, weil ich hoffe einfach, dass es sich richtig krass erschrecken wird und deswegen Leute würde ich sagen, verpasst das Video nicht, schaut's bis zum Ende, lasst einen Daumen nach oben, dann abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video, wir fangen an, let's go! So Leute, ich bin jetzt in Staffelgeist drin, ihr seht schon im Hintergrund, habe ich hier den Skin ausgerüstet, das ist ja der kleine Bruder von Wednesday, aber natürlich haben wir auch den richtigen Wednesday Skin und damit werden wir Max gleich pranken, der wartet schon im Discord, ich habe ihn geschrieben, wir nehmen ein ganz normales Video auf und deswegen würde ich sagen Leute, wir labern jetzt nicht viel, ich gehe jetzt in den Discord, schaue mal ob Max da ist und dann werden wir ihn gleich richtig krass hops nehmen. So, da ist er auch und dann drehen wir mit dem Call vorbei. Max? Hallo? Bist du da? Hallo Lom. Was geht Max? Ja, hallo, ich bin da. Okay, ich hoffe dir geht's gut. Max, Lom, ich habe ein bisschen Angst, weil es ist Nacht und ich darf nicht so laut sein, dann kommen meine Eltern. Ja, ich bin schon cool, dass du hier bist, ich nehme an, du spielst jetzt mal gerade heimlich wahrscheinlich, ne, es ist nämlich schon spät, es ist nämlich gerade 0 Uhr 8 tatsächlich, äh, okay. Sag das bitte nicht meine Mathelehrerin, okay? Nein. Max, okay, pass auf, wir machen folgendes, ich werde jetzt gleich den Raumcode geben und dann machen wir, wir spielen einfach, heute ist ein ganz einfaches Video, okay? Wir spielen einfach und wir gucken einfach, wer besser von uns beiden ist, okay? Okay, ihr seht nicht nicken, das passt Max, dann würde ich sagen, ich gebe dir einen Raumcode und dann fangen wir auch direkt an. So Leute, ich bin jetzt nochmal gemutet, ich werde Max jetzt gleich den Raumcode geben, werde ich ihm sagen, dass ich einen wichtigen Anruf reinbekommen habe und schnell weg muss. Dann würde er alleine sein und dann habe ich mir extra für das heutige Video einen Voice-Changer rausgesucht, ich zeige euch das mal, Leute. So, ich aktiviere den jetzt mal ganz kurz. So, und jetzt hört ihr schon, ich habe eine ganz andere Stimme und jetzt werde ich mir die Stimme noch ein bisschen verstellen, dass ich dann quasi wieder keine Bruder klinge, so hört es sich dann quasi an. Yo, hallo, hier ist der kleine Bruder von Wednesday. Also ja, natürlich gehört das Ganze, hört sich mega lustig an, das heißt, ich hoffe Max bemerkt das Ganze nicht, aber wir labern nicht so viel, Leute, ich gebe in den Raumcode und dann fangen wir direkt an, let's go. So, so Max, wir sind in der Runde drin, aber warte bitte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz weg, ich habe gerade einen Anruf reinbekommen, Max. Ey, ich habe das voll vergessen, Max. Das ist gar nicht gut. Max, ich muss ganz dringend weg, es tut mir echt leid. Ich komme, ich weiß nicht, ich weiß so ehrlich nicht, wann ich wieder zurück bin. Ich kann es dir echt nicht sagen, Max, ich muss echt weg, du mir wirklich leid. Max, wir hören uns später, ja? Bis dann. Dann spiele ich ihm die Runde alleine, Lomm. So, Leute, ich bin gerade gemutet, Max ist jetzt alleine in der Runde. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht, er läuft da jetzt gerade rum. Ich bin auch jetzt direkt hier unten, also er sieht mich jetzt gerade noch nicht. Ich werde jetzt meinen Voice Changer anmachen und jetzt werde ich so eine kleine Storyline mit ihm machen und ein paar Aufgaben kämpfen. Ich werde ihn richtig krass aufgesehen, Leute, es wird richtig lustig. Let's go. Oh, was soll ich denn jetzt hier in der Runde machen? Hier ist eine. Soll ich das jetzt die Runde spielen? Vielleicht ist er der. Wer ist das denn da? Ist das der Lomm? Lomm? Hallo? Hä? Hallo? Wer bist du? Hä? Hallo? Das geht. Guck, guck. Wer bist du? Wer bist du, ist die Frage. Was machst du hier? Ich wollte Stammel spielen mit meinem Freund mit Lomm. Ich kann keinen Lomm. Du bist jetzt aber hier bei mir. Und das ist meine Welt. Das gefällt mir nicht, dass du hier bist. Wer bist du, Jen? Das sag ich noch nicht. Ähm, aber... Du siehst witzig aus. Willst du dich über mich lustig machen, oder was? Oder was soll das hier werden? Nein. Hm, also so wie das aussieht, das ist so ganz schön frech. Ich glaube, wenn du hier wieder raus willst, musst du meine Aufgaben lösen. Du kleiner Frech, sagst du. Was für Aufgaben? Hm, wenn ich will, ich lösche deinen kompletten Stumblegeist-Account, bis nichts mehr da ist. Du lügst. Du kannst das gar nicht. Hm, doch. Ich kann alles. Ich sag das meinem Freund, Jen Lomm. Wenn der kommt, dann bist du weg. Ich glaube, du weißt nicht, wer ich bin. Weißt du? Mein Freund, der Lomm, der kann auch fliegen in Stumble. Hm. Schau mal. Deine erste Aufgabe wird sein, du musst mich jetzt im Suche und Verstecken besiegen. Denn ich werde mich jetzt verstecken und du musst mich finden. Das ist deine erste Aufgabe. Kann. Was mache ich, wenn ich dich nicht finde? Da wird was ganz Schlimmes passieren. Aber das verrate ich dir noch nicht. Du musst mich finden. Ich verstecke mich jetzt. Ich habe eine Minute Zeit. Du drehst dich um, du darfst dich aber nicht zurück, nicht, nicht, nicht zu mir gucken. Warum? Weil, darum. Ich muss mich da verstecken. Okay, Leute. Ich bin jetzt nochmal kurz gemuted. Bisher funktioniert das doch super. So, ich hätte mich jetzt auch irgendwo hier reinglitschen. Man kann sich nämlich irgendwie hier durchbacken. Ich muss mal gucken, dass ich das jetzt hinbekomme. Weil, da wird Max mich bestimmt nicht finden. Oder wisst ihr was, Leute? Ich werde gucken, was ich hier reinbacke. Passt mal auf, Leute. Und zwar müssen wir einmal hier. Zack. Oder warte, Leute. Ich klaufe hier nach hinten. Und werde mich einfach hier unten verstecken. Ihr kennt doch das Geheimversteck hier. Wer darf ich nicht sehen? Oh Gott, oh Gott. Okay, schnell hier rein. Okay. Ich werde mich bestimmt nicht finden. Okay, okay. Okay, okay, Leute. Ich muss mich jetzt wieder entmuten. Dann fangen wir an. Let's go. Wo? Ich bin versteckt. Du darfst mich suchen, kommen. Hm. Wo bist du? Das sag ich nicht. Ich bin versteckt. Kannst du? Ich möchte nicht mehr mit dir spielen. Wenn du nicht mit mir spielst, wird etwas ganz Schlimmes passieren. Ich, wo bist du denn? Sag mal, bitte. Ich hab mich versteckt. Ganz weit weg. Du hast nicht mehr viel Zeit. Du musst mich jetzt finden. Bist du in der Luft? Nein, ich bin auf der Karte und hab mich irgendwo versteckt. Bist du in ein Ziel gelaufen? Nein, aber du hast nicht mehr viel Zeit. Hm. Ich weiß nicht. Da werde ich wohl deinen Account löschen müssen. Ich darf auch gar nicht mehr an das PC spielen gerade. Warum kannst du weggehen, bitte? Ich möchte mit Lamm spielen. Das Spiel ist vorbei und du hast es nicht geschafft. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Hm. Ich gebe dir eine letzte Chance. Du wirst jetzt an dem epischen Glücksrad drehen. Und du musst einen Specherskin ziehen. Wenn du keinen Specherskin ziehst, wird dein gesamter Account gelöscht. Nein, du lügst. Wie soll das denn gehen? Ich hab nur drei Euro. Hallo? Bist du noch da? Wie soll ich das denn machen? Ich hab gar kein Geld. Leute, ich bin nochmal gemutet. Ich hab Max jetzt gesagt, er soll am Glücksrad drehen und muss einfach einen Specherskin ziehen. Wie wird sein Account gelöscht? Okay, er hat sein Screenshare angelassen. Mal gucken, ob er es schafft, jetzt einen Specherskin zu ziehen, Leute. Hm, dann gehe ich jetzt mal an den Shop. Epische. Zehn Stück. Kaufen. Okay, Leute. Ich sehe, er hat jetzt angefangen, am Glücksrad zu drehen. So, kein Special. Er wird es bestimmt nicht schaffen. Bitte, Stambl. Bitte, Stambl. Gott, kannst du mir ein Special geben? Das ist so ehrenlos. Er wird es bestimmt nicht schaffen. Okay. Wie viel Spinsch hab ich noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte. Quatsche. So, letzter Dreher. Das ist ein Special. Er hat, oh mein Gott. Bruder, was? Er hat. Hallo, komischer Junge. Bist du da? Leute, Leute, Leute. Wartet, 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 wartet. Hallo. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du hast ein Specherskin gezogen. Ja, danke schön. Kannst du mir jetzt meinen Account nicht löschen, bitte? Aber das war noch nicht die letzte Aufgabe. Was war denn noch eine Aufgabe? Ich bin der kleine Bruder. Du musst aber noch gegen meine große Schwester gewinnen. Ihr Name ist Wednesday. Äh, die von den Horrorfilmen. Ich denke, du wirst ganz viel Spaß mit meiner Schwester haben. Nein, bitte nicht deine Schwester holen. Hallo? Ich werde dir nun ein Raumcode geben. Da gehst du rein und dann wirst du deine letzten Aufgaben bekommen. Viel Spaß. Ich habe Angst. Hallo? Okay, Leute. Oh mein Gott, ich habe Angst aufs Gedanke. Ey, der hat richtig Angst, glaube ich. Willkommen. Hallo? Okay, Leute, ich muss jetzt aufpassen. Ich muss auf jeden Fall gemütet bleiben. Okay, passt auf. Jetzt werde ich hier den Wednesday-Skin ausrüsten. Ihr seht es hier, Leute. Den machen wir jetzt einmal rein. Ihr seht das, Leute. Oh mein Gott. Einfach Wednesday. Und jetzt gehe ich dann nochmal mit Max in eine Gruppe. Und jetzt werden wir Max nochmal richtig Angst machen. Bis er hoffentlich einfach das Spiel verlässt und einfach geht. Das wäre das Optimalste. Ich würde sagen, Leute, ich gebe ihm jetzt den Raumcode. Und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Und Max, komm mit, hopps. So, Leute, ich werde jetzt den Raumcode erstellen. Dieser komische Junge, der kommt gar nicht wieder. Ich frage mal den Lomm, wo der ist. Der sollte doch eigentlich wiederkommen. Der will mich anrufen, Leute. Nein. Nein. Oh nein. Hallo? Nein, Max ruft wirklich an, Leute. Warte, warte. Oh nein, nein, nein. Äh, Max? Max, ich, ich höre dich ganz schnell. Ich bin gerade draußen. Ich habe dir doch gesagt, ich bin unterwegs. Was ist denn los? Ich glaube, hier ist so ein komischer Junge. Der hat zu mir gesagt, ich, in der, da kommt eine, seine Schwester. Und die gibt mir Aufgaben und sonst werde ich getötet. Und die macht meinen Account weg. Max, was erzählst du da? Max, ich bin dann gleich wieder da, ja? Gib mir mal noch so eine Viertelstunde ungefähr, okay? Dann bin ich wieder zu Hause, okay? Nein, du musst jetzt kommen. Max, ich muss echt los. Tut mir echt leid, Max. Ciao, ciao. Oh mein Gott, Leute. Okay, okay. Aufgelegt, okay. Wann kommt denn der Junge und gib mir den Code? Ich möchte schnell weg hier. Hallo, komischer Junge. Bist du noch da? Okay, Leute, ich bin hier ohne jetzt mit ihm drin. Darf ich dir mal einen Voice Changer anmachen? Max, kann man das nehmen? Okay, let's go, let's go, let's go. Hallo? Where is the Wednesday? Was möchtest du? Werde dich. Warum bist du hier? Kannst du bitte weggehen? Ich werde deinen kompletten Stammelgeist-Account löschen. Nein, du bist komisch. Du musst gegen mich gewinnen. Wo kommst du her? Da war sein kleiner Junge. Ich kann mich gar nicht mächtig bewegen. Hallo? Ich werde dich vernichten. Hallo? Da ist nur jemand hier. Der Anfang. Ich werde deinen Account vernichten. Oh mein Gott, Leute. Max ist schon voll am Durchdrehen. Okay, Leute. Wir machen jetzt noch eine letzte Runde. Und jetzt werden wir Max aber richtig hoffen. Oh mein Gott. So Leute, ich bin mit Max jetzt nochmal eine Runde reingegangen. Ich werde jetzt nochmal die letzte Runde sagen, er muss jetzt gegen mich gewinnen. Und wenn er das nicht schafft, werde ich einfach so miedig sein Account löschen. Es wird so skaliert. Okay, okay. Ich hoffe, Max ist bereit. Ich glaube, Max ist in der Runde drin. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Voice-Changer an. Und jetzt, Frank, wie magst du mal richtig? Let's go. Hallo? Da bin ich wieder. Ich werde deinen Account löschen. Denn ich bin Wednesday. Du bist ganz doll gruselig. Kannst du bitte weg. Ich hole sonst meinen Freund. Das ist der Lom. Wenn er das weiß, dann bringt er dich ins Krankenhaus. Spendlos. Du musst jetzt gegen mich gewinnen. Wenn du nicht gegen mich gewinnen solltest, werde ich deinen kompletten Account löschen. Nein. Du kannst gar nicht gewinnen, weil du bist böse. Und böse Menschen können nicht gewinnen. Das ist auch in den Filmen so. Das darf man nicht. Du denkst, ich kann nicht gewinnen? Du darfst das nicht machen. Das ist verboten mit den Händen. Habtest du etwa Angst, dass ich richtig... Dein Account wird gelöscht. Ich will deinen Account löschen. Das hat alles in den Lom. Oh mein Gott, Leute. Es hat funktioniert. Max hat richtig Angst bekommen. Oh mein Gott. Leute, wenn euch den Frame gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Dann abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut der Reihe bis dahin. Ich bin raus. Tschau. Tschau.